Vor langer Zeit im malerischen Württemberg eine Prinzessin, doch gleichzeitig auch ein Spielball des Schicksals. Mein Leben sollte nicht dem vorgezeichneten Pfad folgen, sondern sich wie ein Fluss in immer neue Richtungen bewegen. Schon früh erkannte ich, dass das Leben mehr zu bieten hatte als königliche Protokolle und Etikette. Ich war gefesselt von den Wundern der Welt um mich herum und den Geschichten, die in den Straßen und Gassen meiner Heimatstadt verborgen lagen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne für mich. Als das Königshaus in eine unerwartete Krise geriet, sah ich mich plötzlich auf dem Thron. Eine junge Frau, die noch ihre eigenen Träume hatte, sollte nun über ein Königreich regieren. Es war eine Aufgabe, der ich mich mit Hingabe und Entschlossenheit stellte. Meine Zeit auf dem Thron war geprägt.